Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Auf den zweiten Weltmeisterschaftslauf müsst ihr ja noch ein bisschen warten, aber wir versuchen euch das rennfreie Wochenende mit diesem Video hier zu versüßen. Ich hoffe, bei euch ist tolle Stimmung, ganz im Gegensatz zu Mercedes. Krisenstimmung beim einstigen Dauerweltmeister Toto Wolf steht vor seiner größten Herausforderung in der Formel 1. Seit 2013 ist er ja Motorsportchef bei Mercedes-Benz, Geschäftsführer des Mercedes-Formel 1 Teams. Und seitdem lief ja alles immer wunderbar. Rosarote Zeiten, seit 2014 Dauerweltmeister, aber die letzten beiden Saisons, die liefen dann schon ein bisschen schlechter. Bei der einen kann man sagen, okay, Pech gehabt. Bei der anderen kann man sagen, ja okay, nachdem man so lange richtig gut war, richtig konkurrenzfähig, komplett neu erhrende Formel 1, da kann es schon mal passieren, dass man aufs falsche Pferd setzt. Aber jetzt das zweite Jahr in Folge, das ist die große Frage. Kann das noch passieren? Darf das noch passieren? Denn Toto Wolf schlägt auf jeden Fall Alarm, sagt, man hat den Rückstand verdoppelt oder sogar verdreifacht über den Winter. Ist natürlich immer schwierig, welche Perspektive, was zieht man da genau als Maßstab heran. Wenn man auf Saisonende 2022 blickt, ja, da war Mercedes auf manchen Strecken konkurrenzfähig. Aber in Abu Dhabi beim Finale zum Beispiel hat einem auch wieder richtig viel auf die Pole gefehlt, hat im Rennen 35 Sekunden verloren. Also ja, man kann das schon so sehen wie Toto Wolf, aber er macht das natürlich jetzt sehr dramatisch. Absolut hat sich Mercedes über den Winter um sieben Zehntel Sekunden verbessert, aber das ist relativ egal, weil in der Formel 1 zählt nicht das Absolute, sondern nur das Relative. Das heißt, wie hat man sich in Relation zur Konkurrenz verbessert? Und da heißt die Devise Stillstand. 0,68 Sekunden haben im letzten Jahr auf Pole gefehlt, in diesem Jahr waren es 0,63 Sekunden. Bei den Platzierungen ging es ein bisschen nach hinten insgesamt. Da sagt Toto Wolf, das ist aber gar nicht so das Problem, dass jetzt der Aston Martin da auch noch vor uns drin steht. Ihn wurmt der Rückstand auf Red Bull, ihn wurmt der Rückstand auf Platz 1. 50 Sekunden hat man im Renn-Trim verloren, noch dazu hat Red Bull ja im Renn-Trim nicht die ganze Zeit Vollgas gegeben. Das war also eine ordentliche Watschen für Mercedes. So eine Watschen, dass man das Konzept nun öffentlich in Frage stellt. Toto Wolf hat sogar nach der Qualifikation gesagt, dieses Konzept wird nicht erfolgreich sein. Das war also eine ordentliche Ansage vom Motorsportchef von Mercedes. Aber wenn wir über Konzept sprechen, müssen wir natürlich sagen, worüber sprechen wir da überhaupt? Mercedes hat sich dann in den letzten Monaten ein bisschen aus der Affäre gezogen, indem man gesagt hat, ja, Konzept, für euch ist das vielleicht das Seitenkasten-Konzept, für uns ist das Konzept aber noch viel mehr. Da geht es um Unterboden und so weiter. Trotzdem, ich glaube jetzt, wenn Toto Wolf vom Konzept spricht, dann spricht er auch diesmal von dem Seitenkasten. Wie angespannt die Stimmung bei Mercedes ist, sieht man jetzt auch an den Äußerungen von Lewis Hamilton. Denn der hat das erste Mal so richtig gegen das Team geschossen, meinte, man hätte nicht auf ihn gehört. Fahrrad ist natürlich immer ein schwieriges Thema, wenn sich der Fahrer in technische Entwicklungsrichtungen einmischen will. Da muss man sich als Ingenieur fragen, welchen Input kann er da aus dem Cockpit geben? Aber natürlich ist es Lewis Hamilton gegangen wie vielen von uns beim Zuschauen. Die anderen machen was ganz anderes und die fahren eben damit deutlich besser. Aber dann schauen wir uns doch mal die Konzepte an, die es überhaupt gibt. Also zumindest mal die Seitenkasten-Konzepte für uns Formel-1-Dummys. Vier Konzepte haben wir da gesehen. Eins davon ist tatsächlich schon ausgestorben. 2022 war alles neu, da gab es noch ein bisschen mehr Artenvielfalt. Eine, wie ich finde, optisch zumindest wunderschöne Lösung, die gibt es jetzt nicht mehr. Aston Martin und Alfa Romeo haben die letzte Saison jeweils begonnen mit einem kompletten Undercut. Das heißt, der Kühler war da schwebend installiert, eine Etage höher gesetzt. Und dadurch hatte man natürlich viel Freiraum im unteren Bereich. Und da hat man dann einen kompletten Undercut durchgezogen. Die Oberseite des Unterbodens konnte wunderbar beströmt werden, hat sich aber nicht als besonders sinnvoll herausgestellt. Ganz im Gegensatz zu Variante Nummer 2, die wir uns anschauen wollen. Downwash Dominator haben wir es genannt. Red Bull und Alpine haben wir als erstes auf dieses Konzept gesetzt. Das ist so ein bisschen traditioneller Seitenkasten mit einem ganz, ganz starken Undercut an der Vorderseite. Dann wird dieser Undercut aber immer weniger, weil der Seitenkasten selbst wie eine Rampe an die Oberseite des Diffusors führt. Das Problem dabei ist, Oberseite des Diffusors, da will man möglichst cleane Luft haben. Ganz entscheidender Bereich für die Aerodynamik. Und deswegen, man darf ja seit dem letzten Jahr auch wieder diese Kiemen machen, sind da die Ablüfte der Kühler nicht unbedingt angebracht. Und deswegen hat man da noch eine zusätzliche Etage gemacht. Man hat die Kühler hinter dem Motor angeordnet, also zusätzlich zu den Kühlern im Seitenkasten. Und deswegen hat man da jetzt diese Wurst, die dann hinter dem Motor noch rausgeht, um die Abluft an eine Stelle zu transportieren, wo sie nicht ganz so viel Schaden anrichtet wie über dem Diffusordach. Also, wenn man sich die Autos jetzt von hinten anschaut, sieht man da eine sehr, sehr große Öffnung so rund um den Beamwing, zwischen Beamwing und dem unteren Heckflügelbereich. Dann gibt es noch den voluminösen Schönling. Ferrari, wunderschönes Auto, 2022 wie 2023. Da hat man sehr, sehr voluminöse Seitenkästen, so voluminös, dass man sie eigentlich gar nicht brauchen würde fürs Packaging. Aber man sagt, man braucht sie aus aerodynamischen Gründen. Man hat fast gar keinen Undercut, ja nur an der Vorderseite ein bisschen, aber auf der Seite dann gar nicht mehr. Der Seitenkasten bleibt relativ hoch und dann hat man noch innen drinnen, wie will man das bezeichnen, eine Kerbe, da hat man dann diese ganzen Kiemen angeordnet. Und dann leitet man die unsaubere Abluft auch in Richtung Beamwing, nicht Richtung Diffusordach. Und dann haben wir noch die Mercedes-Lösung. Wir haben sie genannt, Size Zero 2.0. Alle, die die McLaren Honda Jahre verfolgt haben, Size Zero ist euch natürlich noch ein Begriff. Bei Mercedes jetzt also Size Zero rund um den Seitenkasten. Ganz außergewöhnlich ist, dass man da senkrechte Öffnungen direkt neben dem Chassis hat. Sonst sieht man ja bei den Seitenkästen einlassen immer waagerechte Öffnungen, dann den Undercut. Bei Mercedes sieht das komplett anders aus. Und weil man keine waagerechte Öffnung hat, kann man auch die obere Crash-Struktur nirgends unterbringen. Man hat ja auf der Seite zwei Crash-Strukturen, zwei jeweils links, zwei jeweils rechts, eine obere, eine untere. Die untere ist im Unterboden irgendwo versteckt. Die obere normalerweise im Seitenkasten, weil es keinen wirklichen Seitenkasten gibt, in dem Sinne bei Mercedes, steht diese obere Crash-Struktur einfach raus aus dem Chassis, dient dann als Halter für den Rückspiegel. Also sehr extremes Konzept, was wir da bei Mercedes sehen. Ganz so extrem sind die Konzepte bei uns motorsportmagazin.com nicht. Wir wollen auch nicht wirklich Konzept wechseln, aber wir suchen neuen Input, wir suchen Verstärkung. Möglicherweise ist ja auch ein Job für dich dabei. Wir suchen Webentwickler, wir suchen Redakteure, wir suchen Video-Hosts und noch viel mehr. Ihr könnt euch einen Überblick verschaffen auf jobs.motorsport-magazin.com und vielleicht stehst du dann ja bald schon hier an diesem Tisch. Zurück zu Mercedes und da stellt sich jetzt die Frage, was kann man machen und wie schnell kann man es machen? Am Freitag in Bahrain habe ich den Technik-Chef Mike Elliott noch gefragt, ob man denn irgendwann an einem Point of No Return ankommen würde, an dem man das Konzept nicht mehr so einfach wechseln kann. Denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt in der Formel 1 eine Budget-Obergrenze und ATR, Aerodynamic Testing Restrictions. Und das heißt, ich habe nur eine gewisse Anzahl an Windkanalläufen, gewisse Zeit im Windkanal, gleiches gilt auch für CFD und das bedeutet, dass ich es nicht wie früher machen kann. Früher habe ich einfach verschiedene Konzepte im Windkanal gehabt und habe mich dann am Ende dafür entschieden, was die besten Werte rausgespuckt hat. Das kann ich nicht mehr machen. Ich bin so limitiert in meinen Läufen im Windkanal, dass ich mich auf eine Sache fokussieren muss und die dann optimieren. Wenn ich jetzt ganz, ganz, ganz lange warte, möglicherweise zu lange, um das Konzept zu wechseln, dann hat die Konkurrenz schon einen Riesenvorsprung, hat das Konzept schon optimiert, wohingegen ich dann fast bei Null anfange. Also deswegen war die Frage, gibt es diesen Point of No Return, ist man da langsam angekommen? Mike Elliott hat gesagt, nö, wir sind noch weit davon entfernt, überhaupt darüber nachzudenken. Einen Tag später hat Toto Wolf das Ganze schon öffentlich in Frage gestellt. Also da sieht man, dass man ein bisschen orientierungslos ist bei Mercedes. Gleichzeitig hat Toto Wolf auch schon bei der Fahrzeugpräsentation angekündigt, dass es ein größeres Update geben wird bei den ersten Rennen, wo der Mercedes dann ganz anders aussehen wird, auch um den Bereich Seitenkästen herum. Ob das dann ein komplett neues Konzept sein wird? Ich glaube eher nicht, wenn ich das in diese Stimmung bei Mercedes hinein interpretiere. Und die Frage ist natürlich auch, kann man das überhaupt auf die Schnelle bringen? Theoretisch kann man alles bringen, schauen wir uns auch gleich an. Es gab ja auch schon Vorbilder, aber ganz so einfach ist das natürlich nicht. Einerseits muss ich das Ganze aerodynamisch erstmal zum Funktionieren bringen. Das ist schon eine Riesenaufgabe. Andererseits muss ich aber auch, wenn ich was aerodynamisch zum Funktionieren bringe, das Ganze vom Packaging her noch hinbekommen. Ich muss das, klar, ich muss erstmal alles fertigen, die ganzen aerodynamischen Oberflächen und so weiter. Aber die aerodynamischen Oberflächen, die verdecken ja auch immer irgendwas. Und wir haben vorhin schon über einen schwebenden Kühler gesprochen. Kühlerinstallation ist natürlich ein Teil. Da wird es schon richtig heftig daran zu gehen, während der Saison das Ganze umzukrempeln. Der Mercedes-Kühler, der ist definitiv anders installiert als jetzt zum Beispiel ein Red Bull-Kühler. Der Red Bull-Kühler, der ist deutlich weiter nach hinten angestellt. Der Mercedes-Kühler steht viel steiler. Und um da jetzt vorne so einen großen Undercut unterzubringen, wie es zum Beispiel Red Bull hat, kann ich mir vorstellen, dass man da doch größere Umbaumaßnahmen am Mercedes vornehmen müsste. Deswegen stellt sich dann die Frage, schafft man das überhaupt noch in dieser Saison? Oder muss man diese Saison fast abschreiben und dann schon alles auf 2024 schieben? Wir dürfen aber nicht vergessen, das Reglement ist dann auch nicht mehr so lange im Einsatz. 2026 soll ja schon wieder was Neues kommen. Also da bin ich mal gespannt. Es hört sich oftmals einfach an, sowas zu machen. Dahinter steckt dann aber eine ganze Menge Arbeit. Aber andere Teams haben es ja auch schon geschafft. Wir schauen uns mal die erste Saison dieses Reglements an. Aston Martin und Alpha Sauber, habe ich ja schon gesagt, die sind mit einem ganz anderen Konzept gekommen, mit einem durchgehenden Undercut. Beide haben versucht, das Ganze während der Saison noch anders zu lösen. Aston Martin hatte auch schon bei der Präsentation damals angekündigt, man hat da noch ein anderes Konzept in der Hinterhand und man kann umbauen. Und tatsächlich, Update in Spanien, das war der Red Bull RB18 in der Aston Martin Version, wenn man so will. Dafür mussten die Kühler komplett anders installiert werden. Ich kann mir das vorstellen, wenn die Kühler schwebend installiert sind, ich aber einen Downwash haben will, naja, dann würde der Seitenkasten irgendwann mal den Kühler schneiden. Das geht nicht und deswegen mussten die Kühler da komplett neu installiert werden. Man hatte das aber schon von langer Hand geplant. Bei Alpha Sauber sah es ein bisschen anders aus. Da hatte man auch schwebende Kühler, aber man hat ihn während der Saison nicht mehr anders anordnen können. Und dann hat man trotzdem versucht, noch irgendwie so ein Downwash hinzubekommen. Das sah dann etwas eigenwillig aus. Der Seitenkasten ist abgefallen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann war eben der Kühler im Weg. Ganz interessant ist Alpha Sauber übrigens, weil wir uns mit dem technischen Direktor, mit Jan Monchon, sehr ausführlich unterhalten haben in unserer Printausgabe. Und der hat auch was ganz Interessantes zum Mercedes-Konzept gesagt. Ja, man hat sich das mal kurz angeschaut, hat das aber sofort wieder verworfen und hat dann nur noch die Red Bull-Philosophie verfolgt. Also, wenn ihr noch mehr wissen wollt über technische Konzepte und wie das alles bei Alpha Sauber abgelaufen ist. In dieser Ausführlichkeit, glaube ich, kriegt ihr es nirgends erklärt, wie in unserer aktuellen Printausgabe. Die lege ich euch noch wärmstens ans Herz. Link dazu in der Videobeschreibung. Und wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, kann man ja auch niemanden verdenken in den aktuellen Zeiten. Dann würden wir uns aber freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Das kostet euch nichts. Wir freuen uns aber drüber. Bis zum nächsten Mal.